Okay. Es überrascht mich, dass ihr noch nicht auf meinen silbernen Augen eingegangen seid. Ihr sucht diesen Turm aus seinem Betrissen, ja. Und kann ich noch ein bisschen gestorbenes Drachen machen. Na gut, dann gehen wir mal, oder? Oder gut? Naja. Wie ihr wünscht, Drachenritter. So, jetzt habe ich noch ein Quest. Ich glaube, ich kann noch etwas spielen. Was gibt's denn nicht? Oh man, ich kann das nicht. Ich darf nicht, das stimmt, ähm. So, müssen wir jetzt wohl zum Tempel. Nutzt euren Drachenstein nun. Nebel. Gehen wir jetzt mal hier. Ich denke mir aber... Ich glaube, ich weiß, was hier lang geht. Jo, ich wusste das. Gehe jetzt wieder zurück. Finde ich persönlich nicht schlimm. Yay, springen, springen. So. So. Speichern wir mal. Ich nehme das da unten. So. Jetzt. Hand aufnehmen und... Huuu. Nicht, ich hab's verfehlt. Ich hab mal drack geschossen. Bin ich mir zu hundertprozentig sicher. Okay. Ah. Tut mir nichts. Vergebt mir meine Sünden. Ja. Ich vergiebe eure. Ach. nicht. Der hat was verengelassen. Er hat mir vergeben. Ja. Er wollte meine Liebe freikaufen. Das ist mir recht so. Es sind mir zu viele Hilfe. Ich bin auf freundliche Hilfe angewiesen. Noch nicht. Ich kann nicht. Gott, sind das viele. Ich bin schwer. Ich kann nicht. Okay, das war's. Nein, da ist noch einer. Geht's hier überhaupt lang? Ich glaube, bis dahinten müssen wir hin, aber da sind noch mehr Gegner. Ich mach' hier an. Es ist immer sicher, erst mal zu speichern. Unmittelbar Citadel muss nicht nur das. Speichern. Okay. Letztes Level an? Oh! Ähm. George! Es sind so viele! So hoch! Okay. Ich schätze schon, dass wir da lang müssen. Aber ich geh' jetzt da noch nicht lang. Okay, George, komm. Sie kommen uns hinterher? George, nein! Nein! Gut gemacht, George! Ich bin stolz auf dich! Ich bin stolz auf dich! Ja, das ist mein George. Er setzt sein Leben für mich ein, nur um zu gewinnen. Ein Kumpel von mir hat das auch mal gespielt, so viel möchte ich sagen, der hat mir von dem Räuberlager erzählt, dass ich da noch mal hin kann, also zum Räuberlager. Ich habe gesagt, du musst irgendwo hier sein. Denke ich mir mal, der hat gesagt, nee, das ist auf der anderen Seite da, auf der Brücke, wo wir eigentlich lang gegangen sind zum Tor. Jetzt denke ich mir, es ist hier, oder? Ist doch hier. Gehen wir mal zum Räuberlager. Tut mir nichts! Ich bitte euch! Ich habe bitte ge... Oh, der hat etwas reingelassen. Jetzt hört man immer so schön, wenn der etwas reingelassen. Die Musik hat sich komischerweise schlagartig geändert. Das ist ein paar Stück. Ich eliminiere ein. Zusammen eliminieren wir den zweiten. Vielleicht ist noch eins. Oder mehrere. Da ist ein dritter. Noch nicht. So, das waren drei. Jetzt gucken wir uns mal hier um. Die Passion der Göttlichen. Packament. Ich habe irgendeine Blume gefunden. Ich habe wieder ein Buch gefunden. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, das Buch zu lesen. Aber ich lege es einfach mal öfter, weil er nicht bestimmt... Ja, blablabla. Warum lest der? Ich möchte nicht, dass er lest. Der ist so scheiße. Ist ja nur einer. So. Hier speisen wir. Hier. Ich wurde vergiftet. Er kann das auch. Noch nicht. So. Ich glaube mal, bevor wir hier weiter gehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Also. Ciao.